Hallo und herzlich willkommen bei Edis Tech Lab. Heute im dritten Teil über Steppermotoren sehen wir uns zwei verschiedene Schrittmotortreiber an. Das ist dieses Teil hier, das ist der L298N und dieses kleine Teil hier. Wir machen mit beiden ein praktisches Beispiel und dann seht ihr auch wie man sie programmiert. Und nach diesem Video bin ich sicher, jeder kann das. In diesem Video geht es hauptsächlich um die Schrittmotortreiber, aber wir sollten uns auch den sehr berühmten NEMA 17 Motor zuerst ansehen, weil ein Schrittmotortreiber ohne Motor macht einfach keinen Sinn. Der NEMA 17 Motor ist ein weit verbreiteter, bipolare Schrittmotor, der in verschiedenen Anwendungen Verwendung findet. Er zeichnet sich durch seine NEMA 17 Flanschgröße aus, was bedeutet, dass er ein quadratisches Gehäuse mit einer Kantenlänge von 1,7 Zoll, also 42,3 Millimeter hat. Die genauen Spezifikationen eines NEMA 17 Schrittmotors können je nach Hersteller und Modell variieren, aber hier sind ein paar typische Spezifikationen aufgelistet. Der Motor hat einen Schrittwinkel von 1,8 Grad pro Schritt, das sind 200 Schritte pro Umdrehung und ein Haltemoment bzw. Drehmoment im Bereich von 0,2 Nm bis 0,59 Nm oder sogar noch mehr. Der Strom liegt in der Regel zwischen 1 bis 2 Ampere pro Phase und der Motor benötigt eine Spannung von 12 bis zu 24 Volt. Die Welle hat einen Durchmesser von 5 Millimeter und das Gewicht vom Motor liegt in der Regel im Bereich von 200 bis 300 Gramm. Wie schon erwähnt hat der NEMA 17 ein vorgegebenes quadratisches Gehäuse, aber die Motoren unterscheiden sich dennoch durch die Länge und die Leistung der verschiedenen Modelle. Starten wir mit dem L298N Schrittmotortreiber. Der Treiber verfügt über zwei H-Brücken, was bedeutet, dass er zwei Schrittmotoren oder einen Bibularmotor mit zwei Spulen steuern kann. Eine H-Brücke ermöglicht die Umkehrung der Stromrichtung durch den Motor, was für die Schrittmotorsteuerung entscheidend ist. Das Herzstück von diesem Treibermodul ist der L298NIC, der mit einem Kühlkörper 2 Ampere pro Phase bereitstellen kann, das für die meisten unserer Motoren ausreichend sein dürfte. Die Motorspannung kann 5 bis 35 Volt betragen und die Logikspannung 5 bis 7 Volt bei einer Leistung von maximal 25 Watt. Sehen wir uns jetzt die Power-Bins an diesem Modul an. Wir haben ein 3-Bin-Schraubenterminal, an dem wir bei VS und Crown die Spannungsversorgung vom Motor anschließen können. Hier kann eine Spannung von 5 bis 35 Volt eingespeist werden, wobei 12 Volt empfohlen werden. Wenn diese Brücke gesetzt ist, dann können wir bei VSS 5 Volt und das bis zu 0,5 Ampere abgreifen, die vom 5 Volt Regulator bereitgestellt wird. Wird die Brücke entfernt, dann muss über den VSS-Eingang 5 Volt Spannung eingespeist werden. Aber Achtung, ist die Motorspannung größer als 12 Volt, dann muss diese Brücke entfernt werden, um den 5 Volt Regulator nicht zu zerstören. Wenn die Brücke gesetzt ist, darf keine Spannung an VSS eingespeist werden. Sehen wir uns jetzt die Control- und Enable-Pins an. Mit der Brücke Enable A und der Brücke Enable B können wir den Motor ein- und ausschalten. Wenn diese Pins das Signal LOW anlegen haben, wird der Motor ausgeschalten. Möchten wir den Motor über den Mikrocontroller an- und ausschalten, dann wird diese Brücke entfernt und das Signal über einen Output geschaltet. Die Pins IN1 bis IN4 sind die Control-Pins, über die der Motor seine Geschwindigkeit und Richtung erhält, in die er sich drehen soll. Und über die Anzahl der Pulse wird festgelegt, wie weit der Motor sich dreht. Über die Output-Pins wird der Motor angeschlossen. Es können zwei DC-Motoren betrieben werden oder ein bipolarer Motor, der vier Anschlüsse hat. Jeder Kanal, einer auf jeder Seite, kann bis zu 2 Ampere Strom für den Motor liefern. Aber jetzt ran an die Praxis, lasst uns einen Arduino Uno mit einem Nehmer 17 Motor über das L298N-Modul ansteuern. Wir versorgen das Treiber-Modul mit 12V Spannung und verbinden den Ground mit dem Arduino Uno Ground. Wir schließen eine Spule von Nehmer 17 Motor an Out 1 und 2 an und die zweite Spule an Out 3 und 4. Und zu guter Letzt verbinden wir noch die vier Steuersignale mit unseren Arduino Uno. In diesem Beispiel verwenden wir die Excel Stepper Library, die wir hier einbinden und danach lassen wir den Motor in eine Richtung auf die Höchstgeschwindigkeit beschleunigen und danach bremst er wieder ab. Nach einer Pause von einer Sekunde dreht der Motor sich in die entgegengesetzte Richtung auf die maximale Geschwindigkeit, die wir in einen Parameter eingegeben haben und bremst danach wieder ab. Die Beschleunigung wird in dieser Variable hier festgelegt. Wer tiefer in die Elektronik und Heimautomation einsteigen möchte, dann kann ich hier dieses E-Book empfehlen. Es beinhaltet mittlerweile über 550 Seiten und auch das heutige Video findet ihr in geschriebener Form im Buch wieder. Dieses Buch wird ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit dem Kauf unterstützt ihr Edis Tech Lab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken. Hier schließen wir die 12 Volt Spannungsversorgung an. USB Amaduino Uno. Den nächsten Schrittmotortreiber, den wir uns ansehen, das ist der DRV 8825. Dieser Schrittmotortreiber in See wurde von Texas Instrument hergestellt und er ist eine sehr beliebte Wahl für Do-it-yourself Projekte. Der Treiber kann hohe Ströme bis zu 2,5 Ampere pro Phase liefern, um auch größere Schrittmotoren anzutreiben und er verfügt über Schutzfunktionen wie Überstromschutz, Überhitzungsschutz und Unterspannungssperrung, um den Motor und den Treiber vor Schäden zu schützen. Dieser Treiber ermöglicht den Betrieb von Schrittmotoren im Mikroschrittbetrieb, was bedeutet, dass er die Schritte eines Schrittmotors in kleinere Schritte aufteilen kann. Dies führt zu einer feineren Steuerung und einer glatteren Bewegung des Motors und stehen Schritte vom Vollschritt bis zu 1 zu 36 zur Verfügung. Wir können Motoren mit einer Spannung von 8,2 bis zu 45 Volt ansteuern. Um Spannungsspitzen größer als 45 Volt zu vermeiden, empfiehlt es sich, einen Elektrolytkondensator mit einer Größe von 47 µF, aber besser noch bis zu 100 µF über dem Motorspannungseingang zu verwenden. Mehr dazu sehen wir dann im praktischen Beispiel. Das DRV8825 Modul hat zum Unterschied zu anderen Treibermodulen nur eine Spannungsversorgung V-Mod. Die Logikspannung wird von der V-Mod Spannung mittels eines 3,3 Volt Regulators bereitgestellt. Der Ground unter dem Fold-Pin sollte aber mit dem Ground vom Mikrocontroller verbunden werden. Zur Steuerung von einem Motor werden mit diesem Chip nur zwei Signale benötigt, ein Schritt und ein Richtungssignal. Mit den Pins MS1, MS2 und MS3 haben wir die Möglichkeit, die Auflösung der Schritte auszuwählen. In der Tabelle können wir sehen, wie die einzelnen Pins geschaltet werden sollen, um die gewünschte Auflösung zu erhalten. Wenn die Pins frei bleiben, dann werden sie auf das Slowpotenzial gezogen durch die Pull-Down-Widerstände, die an Bord verbaut sind und der Motor läuft im Vollschrittmodus. Das Modul verfügt über drei separate Eingänge für die Steuerung seiner Stromversorgungszustände. EN, das steht für Enable, RSD für Reset und SLB für Sleep. Diese drei Pins sind Active-Low. Da dieser Enable-Pin ein Active-Low-Pin ist, heißt das, wenn dieser Pin den Status Low hat, wird der Treiber eingeschaltet. Standardmäßig ist dieser Pin auf Low gezogen, das heißt, der Treiber ist immer aktiviert, es sei denn, wir ziehen ihn auf High. Wenn der Reset-Pin auf Low gezogen wird, werden alle Steppeingänge ignoriert. Deswegen muss er auf 5 Volt gebracht werden, um den Motor zum Laufen zu bringen. Wird der Sleep-Pin auf Low gezogen, dann wird das Treiber-Modul in den Sleep-Modus versetzt. Deswegen muss auch dieser Pin auf High gezogen werden, wenn der Motor laufen soll. Dieser Fold-Pin wird auf Low gezogen, wenn zum Beispiel das Modul durch etwa Überhitzung ausgeschalten wird. Über die Output-Pins wird je eine Spule vom Motor angeschlossen und je nach Kühlung kann bis zu 2,5 Ampere pro Pin dem Motor zugeführt werden. Bevor wir den Motor in Betrieb nehmen, müssen wir den maximalen Strom, der durch die Schrittmotorspulen fließt, so begrenzen, dass er den Nennstrom des Motors nicht überschreitet. Der DRV 8825 Treiber enthält ein kleines Trimpotentiometer zur Einstellung der Stromgrenze. Dieser Schritt ist nicht sehr kompliziert, aber absolut notwendig, um unseren Schrittmotor und den Treiber zu schützen. Wenn wir keine angemessene Strombegrenzung einstellen, dann kann der Motor mehr Strom aufnehmen, als er oder der Treiber verkraften können, was wahrscheinlich zu Schäden an einen der beiden führen wird. Wir haben zwei Möglichkeiten, den Strombegrenzer richtig einzustellen. Eine Methode ist es, den Strom in der Spule zu messen, aber meiner Meinung nach ist die einfachere Möglichkeit, eine kleine Berechnung zu machen und danach die korrekte Spannung einzustellen. Und genau diesen Weg führen wir jetzt durch. Zuallererst müssen wir im Datenblatt herausfinden, wie viel Nennstrom der Motor pro Spule zieht. In unserem Beispiel nehmen wir 1 Ampere für den Nehmer 17 Motor. Danach können wir mit dieser Formel die Spannung berechnen, die wir einstellen wollen. In unserem Fall hier 0,5 Volt. Um die Spannung einstellen zu können, benötigen wir die V-Mod Spannung und den dazugehörigen Ground. Die Pins Reset und Sleep müssen wir mit 5 Volt Spannung versorgen, inklusive dem Ground der Steuerspannung. Der Schrittmotor kann während dieser Messung abgeschlossen werden. Ich empfehle euch Krokodilklemmen, die an einen leitenden Schraubendreher geklemmt werden. Hier seht ihr die Spannungsversorgung vom Modul. Mit diesem Trimpotentiometer können wir jetzt unsere gewünschte Spannung einstellen. Bei einem 1 Ampere Motor ist das 0,5 Volt. Hier sehen wir, wie die Schaltung aufgebaut wird und wie davor erwähnt, empfiehlt es sich einen 100 Mikrofarad Kondensator über die Spannungsversorgung zu legen. Es werden die Spulen vom Motor angeschlossen und der Sleep und Reset Pin werden auf 5 Volt gezogen über unseren Arduino Uno. Und auch die zwei Steuerungssignale werden mit unseren Arduino Uno verbunden. Der Sketch ist sehr ähnlich vom vorigen Beispiel, nur dass wir bei der Excel Stepper Library den Motor Interface Typ abändern mit nur zwei Steuerleitungen. Ich würde euch auf jeden Fall immer empfehlen, den Kühlkörper auf den IC anzubringen, der meist dem Board beigelegt ist. Hier schließen wir die 12 Volt Spannungsversorgung an, USB an den Arduino und den Nehmer 17 Motor. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und etwas Spaß gemacht. Wenn ihr jetzt Lust habt, noch etwas mehr über Schrittmotoren zu erfahren, wie die aufgebaut sind und funktionieren, dann kann ich euch hier dieses Video empfehlen. Viel Spaß damit und habt eine schöne Zeit und viel Erfolg bei euren Projekten. Euer Edi